Da lässt uns oder was? Den hol ich mir den jetzt, verdammt. Ah, Lukas, es geht sogar. Herzlichen Glückwunsch. Dann lache ich schnell, bevor es wieder nicht geht. Ich habe noch nie schneller diesen Button gedrückt. Warum kann man Italiener spielen? Wer will Italiener spielen? Die schießen mit den Spaghetti's. Wer will schon Italiener, meinst du? Die Österreicher haben... Oh nein! Es war so klar! Ja, voll. Das sehe ich schon. Ja, das wird jetzt richtig gut. Also Lukas, wir können dir nicht helfen, wir haben selber keine Ahnung. Ja, super. Fang mal gleich an hier. Jawohl, welche Map-App ich ins Bomben? Auf der Straße. Wo ist denn der Keller? Der Keller ist glaube ich Ruine, oder? Ja, ich glaube Ruine. Ich nehme Ruine. Habt ihr links auf der Karte den Keller gesehen? Das ist der Keller. Der Keller ist gut. Ah, nein. Die Keller sollten vielleicht auch als erstes nehmen gleich also. Aber schon von unten nach oben durch. Yay, wir spielen eine Frauengruppe. Tatsächlich? Von Schul. Von Schul. Die Frauengruppe, okay. Ja. Wie gesagt. Vor allem ist man nicht abgesprochen. Das ist schon das Komische. Ja, ich bin's auch ein bisschen eigenartig. Das war lange Zeit nicht möglich. Ja, endlich geht das mal. Und was? Die Gleichberechtigung ist vorranggeschritten. Ach, genau. Ich denke, das war bei der Auswahl der neuen Operator. Die ist entscheidend. Oh ja, die sind. Im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss. Ich möchte in die falsche Richtung sein. Ja, hier. Ah, ich höre was. Ich höre was. Ich höre was. Ich höre was. Es ist wichtig, dass wir den Punkt entdecken. Ich hab's nicht. Ja. Ich hab's nicht geschafft. Ah, hier, hier. Ich hab was gefunden. Ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Sie haben einen Kapkan übrigens und eine Frost. Oh Gott, 3 Meter. Der Schäle versteckt. Wann? Hä? Ich... Ah! Ich guck die ganze Zeit auf diesen scheiß Punkt. Ja? Ich steh mitten im Raum. Kann ich alles machen? Ja, echt zu sehen. Okay. 63 Kilometer von hier entfernt. So, die Kameras. Hier ist eine. Oh, ist ja gut. Ich kann einen Map aufrufen hier. Das läuft echt hart. Das war mit 1 und 3 drücken. Ah, du könnt die Kamera wechseln leisten. Ist anders geworden. Ja, aber während der Anfangsfasen schlägt sind. Ja. Und die, ähm, Steuerung wird es noch gesetzt. Ich weiß nicht, was du bestellt hast. Ich finde, dass du bist ja ganz allein, ne? Achtung, Xavion. Lukas, direkt hinter der Tür ist er noch. Hinter der Tür ist er noch. Ah, nein. Also Illusion. Vergesst es. Es gibt jetzt Illusionen. Ja. Also im Raum ist noch Frost. Und noch irgendjemand. Also direkt hinter der Tür war ein Spieler und eine Illusion. Die sind zu viert im Raum. Ja, die gucken alle zu mir. Wo ist denn jetzt? Ich kann nicht auskennen. Ich mach mal einen Anruf. Dann sehen wir es auch. Ja bitte, bitte, ja. Ja, das war die Illusion im Fenster. Läuft. Ja. Ich muss ja einen abschießen und wir sind hier nicht, dass der nix ist. Da kostet der Treppe rauf, ne? Oh. Hat man kaputt gerade erwischt. Komm ich zur Zeit nicht. Mindset. Ich habe mich was zum aufmachen für dich, für irgend jemanden. An der Ecke da steht ein Typ. Ich mache nochmal einen Anruf bevor ich sterbe. Kommt mal mit. Na ich schick mal ähm... Lukaschen rein. Ich habe einen Plan. Hallo. Wenn nichts noch aufklärt ist, ist das Fenster. Ach fuck. Ach die liegt da. Scheiße. Sehen wir noch? Kannst du irgendwas sehen bei Nacht? Das ist der ganze Raum. Hinter den umgestutzen Schrank da. Ab an. Der letzte kommt bei meinem Fenster. Da hinten. Nice. Okay jetzt werden wir eingebuscht. Ey wir haben gewonnen. Wuhu. Easy. So. Wie verteidigen wir das Ding jetzt? Auf jeden Fall das Fenster von uns besser da. Auf jeden Fall würde ich sagen wir gehen einfach in den Keller runter. Ja Keller finde ich auch am geilsten eigentlich. B-Storage oder was ist das? Im Bar-Cement. Art-Storage. Ne ne ne. Am besten wir gucken uns vorher noch mal die Karte an, wenn wir schon mal dabei sind. Oh Gott das Ding ist aber auch verwinkelt ne. Alter. Hm. Ist ja grausam. Und die verlassen wir den Wunsch. Oh Gott äh. Ich nehm mal Castle mit oder? Ne lass das. Nimm die überhaupt wie Frost oder Cup keine oder irgendetwas. Ja Hook ist auch gut. Ja ist. Ich finde halt gut dass man jetzt als erstes die Location nimmt. Zwar dann kann man seinen Charakter erst auswählen. Ist sehr gut. Das find ich auch. Das bin ich auch lange gewünscht. Besser. Also nimmst du Bandit nicht mit und dann siehst du oh die Abstimmung läuft nach das hinaus. Dann muss ich wieder ändern. Zurück. Ja. Das sind hier die Wichtigen. Warum? Ja auf jeden Fall links. Ich brauche nur links zu bauen. Also es muss auf jeden Fall verteidigt werden dort. Ja. Die Twitch-Zone habe ich. Finde irgendwo ne Wand? Ah ja. Ey ja hier. Hm bin bei. Okay der Beste gehabt sehr gut. Der ist noch irgendwo ne. Ah ja. Hab ich. Auf jeden Fall noch nebendig. Ich hab's verbracht. Und gesetzt. Und schweres Brotwitz. Ja. Wo ne Bronne bei mir draußen. Jetzt reingehüpft. Ah hier ist das Fass. Wo der Eingang? Ja pass auf das Fass da auf. Das kann man durchschlagen. Na. Also. Steht da das Schild. Ich hör da was. Ist noch so'n Fass. Ist auf jeden Fall offen das Fass jetzt. Ist da vorne bei mir irgendwo. Ist mir die nicht versteckt. Aber wir strengen die Fässer. Das ist der Kumpel offen. Ich bin im Bruch. Ach sorry. What? Ich bin getaunt. Fass. Ist Finca. Scheiße. Ist es dort vorne? Ist es dort hinten? Ach Mist. Check euch. Ja, genau. Insofern sollte ich mich holen, okay? Star. Reload. Stopp. Über uns auf jeden Fall. Ah, fuck. Da hängt jetzt das Glas dran. Nee. Also über uns höre ich irgendwas, Freddy. Bei mir sind zwei. Draußen an der Tür, ja? Ja. Ich pieke da nicht so viel. Fertig hier über mir. Achso, du bist da drüben. Ich bin gerade rumgelaufen. Ich wollte meinen Raum rein. Ich hätte nicht pieken sollen, das war dumm. Jetzt habe ich nur drei Goose gepackt. Gott, man weiß, hat doch gar keine Klamm, die Kameras sind. Immer noch da draußen. Oh, oh. Bei mir wurde die Wandgeöhr aufgeförben, haltet. So weit. Noch ein? Nein, 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 diese lege ich mich hin. Ich wollte auf Sprinten. Das musst du dir dringend abgewöhnen. Nee, ich wollte Sprinten. Ich bin ausgerutscht. 15 Sekunden. Ja, wartet dann mal aus. Jetzt kommt der rechts, jetzt kommt der rechts fertig bei dir. 100 Pro. Ah, nee, der ist Autocon. Okay, vorstand, da ist der Autocon. Ja, ich hab noch das beim fertig. 5 Sekunden remaining. Ja, da kommen wir, ne? Ja. Sehr nice. Noch ein neues. Ich bin an, da geworden. Ist jetzt ein schöner Valentinsschaf. Ja, man ist weg. Läuft ja überraschend, tut bis jetzt, darf es auch keine Ahnung haben. Na schon. Wahrscheinlich haben die genauso keine Ahnung. Das Glück ist mit dumm. Ja, die haben wusste, dass es da Fasern gibt. Das Problem ist aber jetzt. Die machen jetzt bestimmt auch den Keller. Ja, aber es ist ja egal. Wir sollten auf jeden Fall jetzt, glaube ich, erstmal Hibana und so Zeug mitnehmen, um den Fass aufzukriegen. Und die Wand dahinter vor allen Dingen. Mehr MG, mehr gut. Ja, ein Setscher. Freunde, wir brauchen nochmal einen Setscher, oder nicht? Ja, ein Setscher wäre gut. Zu spät. Uh. Oh, knapp. Na toll, Bernie, hättest du mir mal Hibana lassen können. Ja, toll, Bernie. Du hättest doch Setscher nehmen können. Aber wir haben immer noch einen Zahnrad bei. Ich kann Setscher nicht. Ja, und? Warum kannst du es ja schon nicht? Weil Setscher noch nie gespielt habe. Ich glaube, ich habe die Setscher nicht. Ja, der hat die gleiche Waffe wie Setscher, hey. Das gibt's halt nicht zu kennen. Spiel mal die andere. Man sagt dir ja, wo du hinwerfen musst. Ich spielst das ARD. 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 Die L85. Nee, die L86. Die L86. Wir haben Klamm. Ich spielst das ARD. Ich spielst das ARD. Nee, der Keller ist leer. Das ist vollkommen ein Vorgang. Zweites Stockwerk oder erstes. Ja, ja. Das ist weiter. Das ist weiter. Keiner, wo irgendwas ist. Gut, kann ich nicht markieren. Ich spielst das ARD. Ich spielst das ARD. Ich spielst das ARD. Nee, mehrere Filme. Die haben so ein ARD bedingt auf jeden Fall ein Fenster gestellt. Ja, ja. Ist das aber eigentlich schön. Da ist die Kamera links. Okay, wir sind jetzt schon da. Oh. So. Und die Tür. Da ist ein einzelner Lurkfenster. Neben rein, warte. So, wenn ich aufschießen kann. Warte. So, dann mach mal jetzt. das war der spiegelbild das ist ein spiegelbilder das ist ein spiegelbilder das ist das spiegelbild Freddy ich hab muss erschossen die zweite Fenster ist offen will er sonne erwischt? ne ach doch oder ruhig durchs MIRA-Fenster durch nein ich kann mich schon holen weh den raus, weh den raus, ja was? nein gewischt fuck Ali-Bieger da scheiße unter MIRA-Fenster ist einer wo kein MIRA-Fenster ist das andere MIRA-Fenster habe ich ne noch ne scheiß Fenster ARGH! ARGH! hot hot neutralize the threat cease securing the room time to shine hinterm anderen MIRA-Fenster ist keiner er bleibt da an der Tür stehen er bleibt da an der Tür stehen er bleibt da an der Tür stehen oh Gott ja genau er hat die Dinger nicht aufschießen sollen ja jetzt wo ich mir das so denke die haben nicht damit geredet, dass wir von draußen kommen ja nehm wir auch hoch gegen einen was war das, was hast du bei uns? study war das ok ok dann nehm ich aber Castle mit, oder? pfff pfff boah ich weiß nicht wie die Farbenfenster wenn wir noch ein Mute haben, dann ja ich nehm mal ein Mute mit ja dann machen wir das weil ohne das ist halt ne Einladung für mich das Ali-Bieger mhm der ist unauffällig merken die nie vor allem das Ding ist wenn du die Ali-Bieger aufstellst bevor die Runde losgeht dann wissen die erst nie die Gegner direkt da dran, oder? war das der andere? äh ich glaube das war der andere schau mal ja ich glaube das war der andere äh ne das ist der Raum echt? ah ja stimmt ja ich stelle mich hier an vielleicht nur weil ich dann mal hinsetzen wo ist die andere Treppe? hm keine Träne sagen hier hab die andere Treppe hab die andere Treppe hier hab die andere Treppe in der Nähe hier ist ein Panzerfoto ganz der Wand da ist auch offen, oder? ja ich hab noch zwei die Frage ist ob das hier nicht so ein Kids Bedroom ist dem man endlich nicht zumachen möchte dann könnte ich auch fahren möchte ich das machen jetzt das liegt auch noch das ist die Aufnahme oder, soll ich das aufmachen? kann's aufmachen? ja mach mal auf, oder? dumm dumm, geh weg nö, Autocon stopp Autocon stopp machen auf unten aufmachen oder? ja unten Twitch Drohne unten Twitch so richtig oder? na habs gut hier dann vielleicht mal Stau boah ist schon offen, von außen das Fenster? war da kein Mute dran? Doch, aber das können sie ja trotzdem mit den Fernungsdingen wegspringen Komma, geht ja trotzdem Was, die Twitch-drohne auf jeden Fall Au Ja, das Bin schon am Stockwerk Ja, ja, klar Ist das auch für den Fettverlangen? Twitch-drohne drin Hab sie, hab sie Boah, ich muss hier weg Fuse ist tot Sind aber auch alle draußen, glaube ich Ja Also nächstes Mal gehen wir hier mit Dock hin oder so Wo ich vielleicht mal eine Chance habe, um tatsächlich was zu treffen Ich glaube, hier war das Ja Da ist mir da Okay Das ist passiert Ja, das war mir klar, dass das andere Fenster aufgeht Ja, das kein Problem, das kann man von außen beschützen Ja, ich deck das Ich deck die Tür jetzt, bitte Das andere Fenster ist sicher, da steht keiner vor Also das da Also das da Das hat's mal im Urlaub Läuft Nice Wir sind einfach so schlecht Ich hab drei Leute mit einem Hedge-Teller in derselben Position weggeholt Ja, irgendwann haben sie erfolgreich verteidigt Ja, gut Das siehst du, wie scheiße das zum Angreifen ist dort Ja, vor allem die haben noch nicht mal das schöne Lurker-Fenster benutzt, was ich gerade entdeckt hab Wo man hingeranzert, hab ich gesehen, das ist voll das geile Fenster, wenn da jemand reingeräumt kommt, kannst du dann alle weghauen Hat genau so funktioniert Bin sehr stolz Äh Da fios ich Nee, die gehen runter in den Keller jetzt Dann fios ich auch Ich nehm einfach mal Setscher mit, einfach sicher, sicher Bei denen ist der Erste mit 0, 4, 3 Krass Das muss man auch erst mal schaffen Na, der hat vielleicht Twitch gespielt und ordentlich durchgespielt Was haben die eigentlich alle für einen Pink? Was ist los mit denen? Ja, wir sind da alle im Fenster gestorben, weil man sollte diesen Raum anscheinend nicht übers Fenster angreifen Warte, ich höre hier irgendwelche Leute Holz machen Die sind wieder hier, was? Das hat ja letztes Mal schon so gut funktioniert Ja Die sind wieder da Wieder im Radgeschoss Und die machen hier Die tun sich so schwer, weil die sich die Die Riesenfläche, die sie hätten, um das aufzubreiten Noch kleiner machen Und wenn sie hier sich Alle Bewegungsfeier durchnehmen Hier ist alles offen Die Wände sind offen, aber die Türen machen sie zu Das ist schon ganz schön doof Ja, feiern wir nicht zu früh den Sieg Ja, ne, aber das ist, das ist was, was ich nicht verstehe Ich möchte auf jeden Fall auf die alle picken, so wo ich gerade war Also hier ist übrigens eine Weltklasse Wand, die war oft Fusen-Tenten Nein, was? Ne, ne, die Wanne ist hinter dir Ja, ja Ich glaube, da ist nur eine Mauer von mir rum Oh, da bleib ich super draußen Ey, ich komme auch gleich mal mit rüber Pass auf, ich mach die Wand gleich auf Ja, ich gehe mal raus, das ist glaube ich, warum soll ich hier drin stehen Vier Quatsch Hier ist geil, hier können wir die ganze Zapp überwachen Joa, das sind die mir auch Oh, ich bin gespottet Ich stehe hier rechts auf der Kastbank Warte, ich komme auch nicht Oh, was war hinter, oh was hab ich getroffen Ja, da war was auf jeden Fall Oh ja, das ist immer noch da Ich hab jetzt einfach nicht nachladen sollen Ab hin Das war er, ja Na gut, du machst da die Seite, ich mach hier auch wieder den Rest Ich will kein Rest für mich Ach das Zwei, neun, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, neun, wo komm ich da hin? Nein! Ah! Shit, ey Wo? Im Raum drinnen, ich hab den verletzt gehabt Da liegt einer verletzt und der andere, der liegt dort direkt hinter meinem Zimmer Wie hat er dich erschossen Freddy? Direkt hinter meinem Hof, dass ich mich erschossen hab Direkt hinter meinem Hof, dass ich mich erschossen hab Direkt hinter meinem Hof, dass ich mich erschossen hab Leonard ist Ja! Hier ist aber noch einer What? Ah, da ist voll drüber geschossen, Leonard Bei mir war ich drauf Der ist hier Der ist genau in die Wand gelegt Na, jetzt hab ich den ja nicht grad sehen den Router Aber hier haben wir doch einen 12 Minuten Ja, der müsste dann rechts in der Couch fahren, ne? Der geht doch schon mal rein Der geht doch schon mal rein Links Herr, wo ist denn der? Rechts, rechts Da war deine Gibt der seine Metallwarnspirger in der Bisse Ah ne, doch nicht Geh nicht raus Spannend! Der Müller, ne? Der macht das immer Die Dinger vom Fuse heißen Kuchen? Das wusste ich gar nicht Jetzt so ne Granate Das ist ein scheiß Ernst Wer hat das mehr... Guck mal, das war die Uhr Das liegt 12 Er weiß nicht wo du bist Er weiß nicht wo du bist Lauf einfach links Lauf links, lauf links Da bin ich links drin Ja Nein Ich glaub die Zone ist auch da noch Ja klar, die muss ja da sonst Die ist da auf jeden Fall Weil er steht ja Er steht ja auch in der Zone Wenn er auf der Seite ist Ja, stimmt, ja Ja, stimmt, ja Sehr schön Du hättest alternativ auf den Router zerstören können Und dann deinen Fuse Charge auslösen Und er hoffentlich nicht selber umzubringen Ja, der war aber zu weit weg Ja, der war aber zu weit weg Der war im anderen Raum Einfach schön die Emotion Yeah, okay Oh, läuft auch Hey, ich bin der Blut